Fürstin Bea, OLD, ist bei uns, neunjährig, die Oldenburger Tochter des Fürsten Ball aus eines Sanderburg-Eins, Mutter aus der Zuchtstätte des Stalls, Troff, Carsten, Arwett und die Reiterin Beata Stremler gemeinsam sind die Besitzergemeinschaft. Und Beata Stremler reitet für den Reit- und Fahrverein St. Georg Wittgen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020